Hallo, schön, dass ihr vorbeischaut. Bei euch ist mittlerweile Sonntagabend und es gibt schon das zweite Special an diesem Wochenende. Diesmal auch für diejenigen, die auf meiner neuen Facebook-Seite waren. Ich habe mir gedacht, es wird dunkel und ich improvisiere über eines meiner Lieblingsabendlieder. Das kommt vielleicht die nächsten Wochen auch nochmal in einer klassischen Version, aber heute in einem jazzigen Stil. Text wie immer unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß damit! Text wie immer unten in der Videobeschreibung. Text wie immer und Amen. Ja, wünsche euch eine gute Nacht, bleibt behütet und wir sehen uns morgen wieder.